Und jo meine Klamaschers, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute, und heute werden wir 100 Bots. Woher hast du das? Drei YouTuber machen, meine Damen und Herren. Und zwar seht ihr schon, ich bin wie ein Bot gekleidet, denn auf der ganzen Battle Royale Map sind 100 Bots. Und diese drei YouTuber müssen herausfinden, wer ich davon bin. Und zwar einmal Milkan. Glaub dich. Aka Milkan. André und Kalle sind natürlich auch mit dabei, Freunde. Einfach, wir drei gegen 100 Mal, oh du Mann. So sieht's aus. Freunde, wir starten gleich die Runde. Bevor wir das tun, lasst ein Like oder ein Abo, daumen nichts mehr zu verpassen. Und ich würde mal sagen, Jungs seid ihr bereit, mich herauszufinden. Normal, normal, normal. Okay, dann geht's los. Abfahrt 3, 2, 1, boom. Freunde, ihr seht, wir haben 1000 Millionen Battle Buses. In einem dieser Battle Busse bin ich, Jungs. Und ihr werdet mich herausfinden müssen. Und die Runde geht halt bis zum Ende. Wir haben 44 Minuten. Wenn ihr mich bis dahin nicht findet, kriege ich von jedem von euch 500 Euro. Und falls ihr jemanden eliminiert, Jungs, 1000 V-Bucks in meine Tasche, Jungs. Okay. Okay. Mathematische Aufgabe, wie viele sind das? 10.000. Wie viele Busse? Achso, 100. Ja, auf der Karte einfach Mandala. Und das Ding ist, die Frage ist, wer springt zuerst raus? Ich bin schon lange draußen. Bin draußen. Ich auch. Echt noch nicht, weil die Battle-Preise preiselt. Okay, oh, Anonym hat die Landung versammelt. Anonym. Wer ist da gerade gestorben? Hä, wie soll das gehen? Das sage ich dir nicht. Wie kann man denn schon drauf gehen? Bots sterben schon. Ich hoffe nicht, alle Bots sterben jetzt. Weil das wäre jetzt ein bisschen sad. Aber egal, Freunde. Wir starten rein. Und wir müssen natürlich immer so acten like a bot, Freunde. Das heißt, wir machen den hier. Wir machen so. Da machen wir einmal so, wisst ihr? Und dann machen wir so. Genau. Und darum geht es heute, Freunde. Werden die Jungs mich heute herausfinden als ein OP-Bot? Ah, ja. Ich werde dich herausfinden als ein OP-Bot. Wir finden ihn ja am easysten, wenn wir sehen, wer ist am schlechtesten. Ja. Das Ding ist, die Aufnahme will nicht funktionieren, weil Odomann drauf geht gegen Bot. Ich bin... Nein, das stimmt nicht. Ah, ja. Könnt ihr mir mal kurz sagen, wo ihr kleinen Zuckerschnutten seid? Ich bin ein Bujibagal-less. Bujibagal-less. Ja. Ich bin bei Zovok. Bei der Stato. Ich bin bei Daily Boogal. Ich auch. Echt? Hä? Gibt es doch gar nicht mehr. Ja. Ja, da, wo es war, Junge. Gibt es doch... Hä? Ich habe da gerade jemanden... Kaugummi, anredest du das? Na, Kalle ab. Ich bin hier. Ich springe in der Luft. Bitte daumen, Kimi. Oh. Das Ding ist, Odomann, ich wette mir, der Slide ist so durch die Gegend und so, ne? Ja. Der schießt doch nicht. Ich wusste, ich habe dich gesehen. Das ist Odomann, weil er nicht antwortet. Ich antworte! Also, so eine halbe Stunde später einfach. Er hat Braindelay. Oder er hat einen Fight gegen Bot und muss sich... Er muss sweaten. Ich hatte einen Fight gegen Bot. Und bist gestorben? Kalle hat mich herausgefordert. Hey, ich habe ein Mikrofon. Kalle hat mich herausgefordert? Ich habe ihn... Ich habe Odomann echt gekillt, weil ich wusste nicht, dass er es war. Oh mein Gott, Digga. Ich wusste, dass das passiert. Guck mal, ich bin Prediction Master. Ich wusste, dass Odomann gegen irgendwen stirbt, Digga. Nächste Runde! Nächste Runde, meine Dauten! Beziehungsweise starten wir jetzt in die richtige Runde rein. Das war nur eine Testphase. Hahaha, Lullo-Droffel-X-Dips. Wie viele Busse sind das, Jungs? 100... 100... Nein, 98. 100.899. Dann gehst du Tante Towers. Tante Towers? Ich komme mit, ich komme mit, Digga. Lügt doch nicht. Ich komme mit. Ich komme echt mit. Aber... Nein. Warum nicht? Ich weiß, wer du bist. Wer bist du? Ich sehe deinen Namen. Nein, siehst du nicht? Odomann, dreh dich mal um. Na klar. Odomann, dreh dich mal um. Ja, habe ich. Habe ich? Hast du nicht. Habe ich. Habe ich! Ich habe mich umgedrückt. Hahahaha. Hahahaha. Hey, ja, ne? Odomann hat einfach einen anderen Gleiter. Ich lande gleich und gucke auf die Gleiter. Lü. Lü. Das ist lustig, ne? Was, wenn ich schon gelandet bin? Lü. Ich wurde einfach perfect landing. Nun ja. Oh mein Gott. Ich sehe jemanden. Was bin ich? Ich sehe jemanden, Freunde. Da ist jemand. Aber es interessiert uns nicht. Nun, wisst ihr warum? Ja. Ich bin ein Bot. Oh mein Gott, ich schwöre, ich habe ihn echt gesehen. Nein. Das Ding ist auch, Freunde. Wir müssen auch die Bots killen, Friends. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir auch die Bots killen. Weil sonst killen die natürlich auch uns. Weil wir sind auch ein Bot heute. Aber das ist doch gut, wenn es mehr ein Bot gibt. Aber nur heute, Jungs. Guck mal, er will mich pickaxen, ein Bot. Darf ich ihn töten? Nein. Ja. 1.000 Euro. 1.000 Euro. 1.000 Euro. 1.000 Euro. 1.000 Euro. 1.000 Euro. Ja, wenn du angezogen wirst, ziehe ich die. Okay, lass es einfach sein, Digga. Lass es einfach sein. Ja? Ja. Okay, es kann keinen schreien oder so. Okay, okay. Was denn? Was? Die Bots sind übeln Schlau gemacht. Die fangen an zu sprinten. Die bauen Sachen ab. Ja, ja. Die sind die Player inzwischen. Was ist los mit denen? Die sind gut, Digga, die Bots. Haben sie es ein Beispiel an dir genommen? Digga. Anonym hat den Bot eliminiert, oder wie oder was? Schade mir erkannt. Nein, nein, nein. Ich bin... Also, ich kill gar kein. Ich bin in den Haus drin. Hab's doch gesehen. Ich bin neben dir. Bei mir ist hier ein Bot about 90s. Spaß. Äh, das bin ich. Nee, dann... 90s ist schwierig. Okay, Odomad ist im Struggle. Das merkt man an seiner Tonart. Ja, das Ding ist, ich hatte gerade wilden Files. Vielleicht. Echt jetzt? Vielleicht. Odomad snapt die ganze Zeit. Nein. Das Ding ist, vorhin war jemand close an mir. Ja, okay. Okay. Sag welcher Skin, wenn du man bist. Aber ich sag nicht, wer es war, Freunde. Ich sag nicht, wer es war. Und wir sind gerade echt gut am Start. 63 Leute leben doch. Und wir sind sogar in der Zone. Ich kann euch sagen, wo das war. Das war in Rocky Reels. Er war bei mir. Nein, das war in Tilted Towers. Er war bei mir. Ich glaub, Rocky Reels. Nein, 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 es ist Tilted. Es ist gerade einer hier. Was will er? Ich bin in Tilted. Einer, no. Hey, wie schlecht. Bobs no scope nicht. Das Ding ist. Oh, du war no scope nicht die ganze Zeit, Jungs. Ich no scope gar nichts. Das Ding ist, Jungs. Ich will ganz kurz was klarstellen. Ja. Ihr müsst doch mal an die Skins achten. Also jetzt nicht irgendwie an Spitzhacke oder so, aber auch an die Skins. Und da könntet ihr vielleicht was herausfinden. Hä, die haben alle dieselben Skins. Also dein Skin. Ja, aber was ist an diesem Skin so, nun, interessant? Die Zielscheibe. Die Zielscheibe, André. Das ist wunderschön. Ich fühle mich gerade wie im Kindergarten, wo ich mit so Kindern rede. Das ist doch so interessant. Was macht ein Hund? Miau. So sieht's aus, Kalle. Okay, Freunde. Aber wir machen weiter. Wir verstecken uns natürlich und heiden uns vor den Suchern, Friends. Und die haben bis jetzt noch keine Ahnung, wo ich sein könnte. Oh mein Gott, einer wird gekillt von einem Bot. Oha, zwei Bots machen wilde Boilerei. Ja, vielleicht bin ich dabei. Nee, nee. Ich küsse dein Ei. Du bist dann weggelaufen. Da würdest du nicht reden, weil immer wenn du fettst, bist du leise. Das stimmt nicht. Ja, auch, weil du Concentration Mode machen musst. Ja, aber du auch. Oder man hört nur an. Nein. Ah, bei mir. Spaß. Okay, Friends. Das Ding ist, wir machen mal eine andere Taktik. Und zwar werden wir jetzt mal kurz gucken, wie und wo jemand ist. Guck mal, warum sprittst du wieder? Hier sind zwei Bots, die sind nicht Odoman. Ja, aber mir sprittet auch einer wieder. Ich glaube, ich habe Odoman gefunden. Wo denn? Bist du gerade aus der Wüste rausgelaufen und jetzt hochgegleitet an so einem Zipline-Ding? Nein. Ist du dir sicher? Ja. Weil der Bot schießt halt nicht auf mich komplett mit dem Auto weg. Äh, laber nicht. Können die auch Auto fahren? Nein. Hä, natürlich. Doch, die fahren mit Auto. Echt? Hä? What the? Als ob? Okay, das ist krass. Das ist krass. Sag mal nochmal. Das ist krass. Okay, Odoman war das mit dem Auto. Lass dich verfolgen. Nein, ich war das nicht. Ich war das nicht. Er hat Richtung Tiltes. Das stimmt doch gar nicht. Ich war das nicht. Okay, Odoman. Ich war das nicht. Bots können auch Autos fahren. Nein, können sie nicht. Also ja, im Real Life, ja. Ja. Aber nicht in Fortnite. Doch. Der Bot hat neben mir gestanden, aber nicht einmal geschossen. Wahrscheinlich ist das dann ein Bot. Hä? Das war ein Bot. Ich bin nicht, ich sage euch ehrlich, soll ich euch sagen, in welcher Nähe ich bin? Grim Gables. Wo? Grim Gables. So ein Lügner, Jungs, ne? Warum? Ich bin Grim Gables. Bist du nicht? Klar. Na, ich sehe dich doch. Hä? Ja, ich sehe dich, dass du dich da bist. Wer sieht das? Ich sehe das. Wo bin ich jetzt? Grim Gables. Okay, ich gehe Grim Gables. Ich gehe Grim Gables, echt jetzt. Geh doch. Ich jage dich. Jag mich. Finde dich. Finde mich. Und töte mich. Ja, Bots haben so ein crazy Auto-Aim, Junge. Es ist unglaublich. Oh, das ist auch noch ein gutes Ding mit Auto-Aim, wenn jemand auf jemanden geschossen wird. Wenn du getroffen wirst, ist es nicht Odo-Bahn. Okay. Kalle, was ist los? Ich bin jetzt 90% sicher, dass Odo-Bahn mich gerade löscht. Hä, warum? Ne, ne, lass nicht Odo-Bahn dann. Aber du darfst uns nicht killen, Odo-Bahn, ne? Logischerweise. Du dürftest uns anschießen, aber nicht töten. Also, nun, weiß ich nicht. Die Bots töten ja euch auch. Naja, wenn er richtig spielt, muss er schon uns auch anschießen und so. Deswegen, ich muss euch anschießen. Aber wenn er einen killt, können wir sagen, wo er ist. True. Stimmt, wir sind ja ein Team. Mhm. Dann hat seinen Namen auch geändert in Target-Bot 87 was. Hä? Warte mal, wo bist du? Sag ich dir nicht. Er ist gerade bei... Guck mal, weißt du, was das Ding ist? Für das Video hat er gerade nicht geredet, weil es genug Entertainment mit dem Gameplay gab. Was laberst du? Er ist bei irgendjemandem gerade in der Nähe. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben wahrscheinlich bei mir. Nein. Deswegen hat er gerade nicht geredet. Bro, ich bin Grimms Gables. Aber das Ding ist, nein, du bist bei jemandem in der Nähe, sonst würdest du sagen, so Jungs, uns leid dir. So Jungs, wo seid ihr? Ja? Ich bin halt ein guter Schauspieler, Bro. Ich bin einfach gut. Ja, ich bin gut. Ihr habt bis jetzt nicht herausgeholt. Wer sagt es ihm? Sagt es. Sagt es, was denkt ihr von mir? Leute, bis jetzt läuft es gut. Bis jetzt hat keiner noch die Chance. Bis jetzt hat noch keiner eine Ahnung, wer oder wo ich bin. Keiner, überhaupt keine Chance einfach. Ihr habt keine Ahnung, wo ich bin und wer ich bin. Bei wem ist er die ganze Zeit? Da redet er die ganze Zeit auch nicht. Ja, ja, er war bei mir und fährt jetzt gerade durch Conny Crossroads. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich fahr nicht durch Conny Crossroads. Ich war in Conny Crossroads. Das kenne ich jetzt nicht. Oh, du Mann. Kalle. Ich bin jetzt ehrlich. Ich bin jetzt ehrlich. Du bist ja jetzt eh schon weg bei mir. Also warst du das wirklich? Vielleicht. Vielleicht. Wer weiß. Man weiß es nicht. Das Ding ist, was auch unfair ist, Milkan hat Soundvisualisierungen an. Jeder braucht eine Soundvisualisierung bei mir. Ach so, okay. Jeder braucht eine Soundvisualisierung bei mir. Bro, das sind normale Spieler. Aber wer fliegt da? Hä, wer fliegt durch einen Feuerballon? Wie heißt es nochmal Luftballon? Fallon, 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 Fallon. Fallon, Fallon. Fallon, 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 Fallon. Aha, das Ding ist, Freunde, es sind immer, es sind immer, es ist immer, es ist immer schwieriger. Es ist immer schwieriger, Freunde, denn meine ganzen Bot-Kollegen sterben. Es sind noch 19 Leute übrig. Kalle habe ich nicht darum gekriegt, aber wir sind wieder escaped, Freunde. Ich bin gut am Start. Ich bin guter Dinge und wir sind gut escaped. Aber da, wo ich gerade bin, ist sehr, sehr schwierig. Und mir kann, hat noch keine Ahnung, wer ich bin. Ich auch nicht. Aber ich bin in der Nächtsgrößten City, ne? Bist du nicht? Guck mal, Osmar, jetzt sagst du, wie ist es, wenn ich viele Schüsse abbekomme? Du kennst mich, ich kill dich direkt. Guck mal. Auf korrekt, ich sag's dir auf korrekt. Ich sag's dir auf korrekt? Muck nicht. Jungs, da würde ich nicht mucken, wenn ich du wäre. Ich habe ihn doch gerade gesehen. Direkt wird er jetzt gekillt. Wo denn? Oh mein Gott, das ist André. Oh mein Gott. Ich glaube, du hast André die ganze Zeit gesehen. Das Ding ist, guck mal, wenn ich gekillt werde von ihm und wir sind zusammen, dann lass mal küssen. Wo seid ihr denn? Na, da kommt nichts mehr. Ich bin in Conny Crossroads. Hast du Fullchild? Ja, ja. Ne, 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 hab ich nicht. Wir sind Harrods Tanktum. Harrods Tanktum? I'm in a Tanktum sind wir. Okay, wählt. Komm da hin, Odomar, wenn du Iris hast. Vielleicht bin ich da, vielleicht auch nicht. Aber Bro, guck mal, wenn er uns von irgendwo killt, mit einer Sniper andré, z.B. lass mal lumlaufen. Lumlaufen. Dann wissen wir nicht, wo er ist, ne? Also Sniper-Kills wäre bei Odomar gleich das Schlauste, oder? Danke für den Tipp, Mecker. Aber ja doch, stimmt. Ich habe das Gefühl, dass Kalle schon down ist. Ne, ne, ich läd noch, ich läd noch. André, wir können Tresor lupen. Wollen wir Tresor lupen? Ich habe zwei Schlüssel. Geh, Tresor lupen. Geh, geh. Die Waffen bringen euch nichts, Jungs. Die Waffen bringen euch nichts. Sobald oben rechts steht, nicht mehr 17, sondern nur noch vier, dann habt ihr verloren, meine Freunde. Stimmt. Aber was ist, wenn wir drei draus machen? Stimmt, Jungs, killt euch mal einer von euch. Dann haben wir nicht verloren. Odomar hat die Regeln gerade festgemacht. Das stimmt nicht. Also ich bin halt gut versteckt gerade, Jungs. Ich sage euch jetzt, ich habe alle meine TikTok... Das ist ganz schön blau. Äh, schlau. Blau. Oh, André, Gamechanger. Wo seid ihr gerade? Ich bin hammermäßig versteckt und ihr werdet mich niemals finden. Weil ihr werdet da niemals suchen, wo ich gerade bin. Wer mir zu nah kommt, ist tot. Okay. Mein Verdacht, er versteckt mich in Connie Crossroads. Nein, 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 nein. Komm, wir durchtun. Es ist sehr spannend, Freunde. Ob sie mich heute noch finden werden, oder werden wir hier mit einem Win nach Hause gehen. Das erfahrt ihr jetzt. Guck mal, du gehst hier mit einem Win nach Hause, du gehst mit einem Bin nach Hause. Bin-Loser. 14 Leute noch. Wer ist Sniper? Wer ist Sniper? Ich bin das. Ich habe einen verbuggten Sniper. Wild. Lass die meine Gute. In einer Minute geht die Zone ja eh weg. Von daher könntest du gucken, ob er aus Connie Crossroads rauskommt, bevor du Connie Crossroads durchsuchst. Odoman, was schießt du auf mich? Ich schieß auf dich, Nord? Er will echt auf dich geschossen, André. Ja, er ist auf mich geschossen. Weißt du von wo? Er ist unter deinem Tresor. Das ist Odoman. Nein. Unter Tresor? Nein, bin ich nicht. Er kommt hochgefahren. Ich bin's nicht. Ja, das ist Odoman. Das ist viel zu gut für Nantes, Simu. Ich bin's nicht. Aber wo ist er? Schieß. Dann schieß doch. Du, er ist runtergefallen. Fälle mich, fälle mich, fälle mich, fälle mich. Er ist runtergefallen. Nicht, 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 nicht. Der Bot. Digga, der Bot. Ist Zone. Es entspannet bis zum Ende, aber wir sind gut aufgestellt. Wir sind gut aufgestellt. Das ist kein 1HP. Einer hat mich gerade gekillt, also fast gekillt. Wir sind sehr gut aufgestellt und ich habe doch auf jeden Fall eine Taktik am Start. Und zwar den hier. Okay? Werden mich safe nicht herausfinden. Bei dir kommt links noch einer angelaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der, auf den ich gerade ziele Odoman ist. Na, dann bist du denn. Das ist nicht Odoman. Der sprintet, er rutscht, er bleibt stehen. Der sprintet, er rutscht. Ja, und? Ja, der andere Bot ist gerade über einen Heißluftballon gerotiert. Ich bin zu geil. Ich bin zu geil. Ich bin zu gut. Zehn Leute, Freunde. Wir sind in den Top Ten. Wir haben es geschafft in den Top Ten mit drei Hunters, Freunde. Das ist sehr, sehr stark. Obwohl Kalle mich fast hätte. Aber ist okay. Wir sind gut entkommen, sag ich mal. Okay, Freunde. Wir müssen uns konzentrieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr auch Leute leben lassen? Alle. Ja, klar. Okay, wild. Okay, dann löschen die sich selber aus. Das ist so schlecht, Odoman. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Ich glaube auch. Hallo, ein Bot läuft doch nicht weg. Ich glaube auch, dass es Odoman ist, wo du bist, Möckern. Wo bist du denn, Möckern? Ey, ich opfer mein Leben. Ich opfer mein Leben. Also 1000 V-Bots. Ich hab 17 AP. Jungs, soll ich 1000 V-Bots abfahren, ja oder nein? Er läuft halt auch wie Odoman, rückwärts und so. Ja, deswegen. Was darfst du? Das ist safe, ein Bot. Oder? Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ich verwende meine 1000 V-Bots auch drauf, dass das Odoman ist. Nein, nein, nein. Was für? Ich kill ihn dann. Dann hab ich 1000 V-Bots. Wo ist denn euer Bot? Warte, bin ich raus, wenn ich einen kill? Wo ist denn ein Bot? Ja, wenn das der falsche ist, auf jeden Fall. Okay, Jungs, ich opfer mich. Wo ist denn der Bot? Für die Gang. Okay. Wie? Wo ist denn der Bot? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Der kann so schlecht sein. Auf der Straße ist er. Er ist auf der nördlichen Treppe. Auf der nördlichen Brücke, wenn du jetzt an den kleinen Sohn guckst. Okay. Jungs, aber macht es dann für mich. Bruder, sorry, Jungs. Das war ein Bot, ich bin raus. Ja! Ja, ist der ein Bot! Oh mein Gott, let's go! Der erste Hunter ist raus. Wir haben noch zwei Stück. Zwei Hunter haben wir noch. Ihr habt noch vier Leute, ich respawn, Digga. Es tut mir leid. Oh mein Gott, Leute. Hast du den Botkampf vor dir gerade gesehen, André? Ja. Ich glaube, André Uwe war damit beteiligt, weil er die ganze Zeit ruhig war und der eine Bot sich richtig im Kreis eingebaut hat. Also einmal um sich rum. Der baut da gerade Skybase? Ich nicht. Ich nicht. Dann ist das Audemann. Ich habe ihn gefunden. Er ist tot. Nein, hast du nicht. Audemann, hast du dich gerade gekillt? Nein. Oh mein Gott, ich sehe keinen Audemann zu gucken. Merkant, halt dein Maul, du darfst nichts sagen. Warum sollten Bots sich denn Skybasen und selber killen? Das habe ich gerade, Bro. Mir das. Ich habe mich nicht gesehen. Ach so. Ach so, Junge, ich frage, dass eben keiner sagt. Ach so. Sag, wie spiele ich das, Merkant? Ja, das ist traurig. Guck mal den hier, Merkant, jetzt. Guck mal den hier jetzt. Ja, ja, deswegen. Das ist gut, nein, das ist gut. Ich habe auch einen gekillt, ich bin raus. Oh mein Gott, André hat einen Target, oh mein Gott, vier Leute noch. Nein, drei Leute noch, wenn André jetzt sich killt. Ja, ja, André ist tot. Ich bin tot, drei Leute noch. Also Kalle, einzig eins killt einen Kalle. Ich habe 15 HP, ich muss mich heilen, sonst bin ich tot. Oh mein Gott, das ist meine Chance. Ist aber Kalle, Digga. Ja, Odumann hat es aber sehr gut gespielt. Odumann hat es gut gespielt, also macht er irgendwelche Tricks, oder was? Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wo er ist. Wo, Kalle? Du weißt, dass ich Lowlife bin und deswegen rusht du mich gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Nein. Warum lacht ihr? Warum lacht ihr? Als ob du das nicht wüsstest. Warum? Warum lacht ihr denn? Wer oder? Das ist einfach deine Natur, so wie einen Bot zu spielen, glaube ich. Warum? Ja, du spielst besser als einen Bot, als Bots. Hä? Wenn du das nicht bist, wer sollst? Ich glaube, der cheatet irgendwo, Digga. Ich cheat hier gar nichts. No joke, man kann ihn gar nicht packen. Ich habe einen Verdacht, ich werde es versuchen. Oh mein Gott, er hat gewonnen. Odumann war der, wo ihr bei diesem Haus wart. Kalle! Hallo! Oh mein Gott, Digga. Er hat das nicht echt gewonnen. Er hat das nicht echt gewonnen. Er hat krass, ich gedacht. Aber jetzt stirbt er, wo er halt der übelste Bot ist. Holen wir nichts zum Wohin? Vor allem gegen mich, Digga. Ich mach meine Augen zu, ich will mir das nicht mit angucken. Oh? Die Plays hier? Oh mein Gott. Er wurde halt weggegis, Digga. Er wurde halt weggegis. Ich hatte halt auch keine Ammo mehr, Digga. Ah, Kalle wäre so tot, Mann. Ich habe alles drauf geschossen auf Andrea. Ich habe trotzdem gewonnen. Aber, Freunde, oh mein Gott. Wie geil. Wie geil. Ich stand vor Kalle. Freunde, das war's für das Video. Wenn ihr nochmal sowas sehen wollt, dann lasst doch ein Like und ein Abo da, Freunde. Vielleicht mal mit 5 Jägern oder mit 6 Jägern. Wie krass wäre das? Und lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Macht's gut und Peace.